Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinem Format über Karten, die ersetzt wurden. Und wir haben auch heute mal wieder 5 Remakes dabei, die sehr, sehr interessant sind. Wie gesagt, Freunde, es geht hier nicht immer darum, dass eine Karte komplett entwertet wurde. Es geht mir darum, dass die Karte geremaked wurde. Und wir schauen uns quasi an, wie die neue Version so aussieht und wie sie die alte Karte aufgreift. Und ich fand es mal interessant, diese Karten hier zu sammeln, weil es mittlerweile einfach extrem viele Fälle von Remakes gibt. Weil Konami das sehr gerne macht und stehen wir hier zusammen, ist, denke ich, sehr sinnvoll. Wie auch immer. Weitere Karten könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame. Und an meinen Pokémon-Kanal, sowie auch an meinen Sponsor-Lotte-Cards. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Karte. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit einem echten Klassiker. Und zwar mit der Karte Chaos Imperator Drache, Gesandter des Endes. Und diese Karte hier hat folgenden Effekt. Kann ich als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss eine Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden. Indem du ein Lichtmonster und ein Finsternes Monster von deinem Grave verbannst, once per Turn. Du kannst 1000 Life Points bezahlen. Lege so viele Karten in den Händen beider Spieler und auf dem Board wie möglich auf den Friedhof. Dann füge deinem Gegner für jede durch diesen Effekt hier auf den Friedhof des Gegners gelegte Karte 300 Schaden zu. Du kannst während des Spielzuges, in dem du diesen Effekt hier aktivierst, weder andere Karten noch Effekte aktivieren. Diese Karte hier klingt erstmal mega broken. Die hat aber ein fettes Erratum in sich. Denn ja, früher war es so, dass diese Karte hier einfach so den Gegner 300 Schaden gemacht hat für jede Karte, die in irgendeinem Grave gelandet ist. Das bedeutet, auch eigene Karten haben den Gegner geschadet. Und dann hat man ganz schnell mal zigtausend Burn-Schaden gemacht, was teilweise auch der Kill war. Und man konnte in derselben Runde noch machen, was man wollte. Das bedeutet, diese Karte hier musste nicht der einzige Effekt sein, den man in der Runde aktiviert hat. Und das sind halt durchaus große Unterschiede. Und ja, diese Karte hier war einfach jahrelang verboten und dann kam sie irgendwann wieder. Und jetzt ist sie leider aktuell nicht mehr so relevant. Man kann die Karte noch teilweise spielen, ja. In einigen Decks ist sie eine Tag-Choice, weil halt Chaos auch Support bekommen hat und so weiter. Aber in Sane ist was anderes. Das Schöne ist allerdings, die Karte wurde nochmal aufgegriffen in einer Pendel-Variante. Und dazu kommen wir jetzt. Und die Karte finde ich persönlich sehr interessant. Und das ist der Chaos-Imperator, der Drache des Armageddon. Ja, Freunde, Namen können eskalieren. Und ja, die Karte hier ist ein Stufe-8-Monster mit der eigentlichen Finsternis und der Typen Drache. Und in Werten 3000, 2500. Und diese Karte hier hat die Pendel-Bereiche, 1-1. Ohne den Pendel-Effekt, du kannst 1000 Life-Mons zahlen und dann eines deiner verbannten Drachen-Monster wählen. Zerstöre diese Karte hier und falls du dies tun solltest, füge das Monster deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier, The Monster Return, verwenden. Und der Monster-Effekt? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Exodeck beschworen werden, indem du ein Lichtmonster und ein Finsternis Monster von deinem Friedhof verbannst. Diese Karte kann logischerweise im Exodeck sein, weil sie halt ein Pendel-Monster ist. Sie kann oben drauf liegen. Du kannst Chaos Imperator, der Drache des Armageddon, nur Once per Turn auf diese Art und Weise als Spezialbeschwörung beschwören, wäre auch ansonsten vielleicht ein bisschen too much. Once per Turn? Du kannst die Hälfte deiner Life-Mons bezahlen, lege so viele Karten, die du kontrollierst, wie möglich auf den Friedhof, außer von der Ex-Montster-Kartenzone. Und falls du dies tun solltest, lege Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl deiner auf den Friedhof gelegten Karten auf den Friedhof, dann füge deinem Gegner für jede Karte, die durch diesen Effekt hier dieser Karte auf seinen Feld aufgelegt wurde, 300 Schaden zu. Falls diese als Spezialbeschwörung beschworene Karte das Feld verlassen sollte, lege sie unters Deck zurück. Diese Karte hier ist sehr, sehr interessant. Wir können festhalten, man kann hiermit einfach gezielt Karten aufgeben, um Karten des Gegners loszuwerden und dann macht diese Karte auch noch Burn-Schaden. Und das Schöne ist, diese Karte hier wird supported vom Chaos-Support und sie ist eine Low-Scale. Und das ist interessant. Es gibt Pendelkarten, die können viele verschiedene Pendelmonster raussuchen und eine Low-Scale von 1-1 zu haben, ist immer schön. Die Karte ist gar nicht mal so eine schlechte Tag-Choice in Pendeldecks teilweise. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich hätte vor einigen Jahren nicht erwartet, dass Konami jemals eine Pendel-Version von so einem ikonischen Ultra-Boss-Monster rausbringt, aber es ist passiert und diese Karte hier ist in gewisser Weise eine sinnvolle Ergänzung. Die ist auf gar keinen Fall ein kompletter Ersatz für das alte Exemplar, nicht in jedem Deck, aber die ist zumindest ein schöner Ansatz, weil die alte Karte ist halt komplett verloren gegangen. Dieses Erratum, das war schon hart, das ist schon ein großer Unterschied und deswegen ist es vielleicht ganz cool, dass wir diese Karte haben. Ich wollte sie mal ansprechen und ich würde sagen, dieses Format hier wäre die Karte auf jeden Fall. Als nächstes haben wir dann die Karte Zeitzauberer und diese Karte hier ist sehr nostalgisch, aber leider nicht allzu gut. Es ist ein Effekt-Monster von Joey Wheeler, das eine Münze werfen möchte, um halt entweder das eigene Board zu schießen oder das des Gegners bzw. nur die Monster sind hiervon betroffen. Und die Karte kann auch Burn-Schaden verursachen. Der Haken ist nur leider, dass der Zeitzauberer reines RNG ist und das ist gar nicht gut. Und überlegt mal, wenn ihr die Normalsamen verschwendet und ihr löst diese Karte hier aus und ratet dann quasi falsch. Das ist einfach so devastating, dass man diese Karte hier niemals spielen würde und die hat auch kein eigenes Thema. Das Ding ist allerdings, Konami hat diese Karte gemacht als Fusionsmonster und dazu kommen wir jetzt. Und das ist sehr kreativ, der Zeitzauberer von morgen und diese Karte hier ist dann schon bei 5 Monster, was wie gesagt eine Fusion ist, mit der Eigenschaft Licht und der Typen Hexer und den Werten 2000-1900. Und beschworen wird diese Karte hier aus Zeitzauberer und einem Effektmonster. Oder man kann die Karte auch holen, theoretisch über Instant-Fusion, weil die ist halt schon bei 5 und der Effekt. Once per Turn, solange du diese als Fusionsbeschwörung beschworene Karte kontrollierst, du kannst eine Münze werfen und das Ergebnis voraussagen. Zerstöre so viele Monster auf dem Board wie möglich und falls du dies tun solltest, füge Schaden in Höhe der Hälfte der Summe der Grundartiker der zerstörten und offenen Monster zu. Falls du den Münzenwurf richtig vorausgesagt haben solltest, erhält dein Gegner den Schaden. Falls du ihn falsch vorausgesagt haben solltest, erhältst du den Schaden. Diese Karte hier ist sehr, sehr interessant, weil sie ist kein reines RNG. Es wirkt zwar zunächst mal so, aber das stimmt nicht. Denn diese Karte kann immer das Board leer räumen. Du musst hier nicht Glück haben. Die Frage ist halt nur, ob du den Burn-Schaden einstecken musst oder der Gegner. Und eventuell bist du gerade in einer Situation, wo du dir selbst quasi den Schaden leisten kannst, aber das Board ist gerade gefährlich. Und er wird diese Karte hier immer gut kommen. Und wenn sie dann noch Burn-Schaden macht am Gegner, ist sie noch viel, viel besser. Es wird sehr, sehr interessant mit der Karte und ich muss sagen, die ist ziemlich spielstark actually. Also für einen Zeitzauberer-Remake hätte ich niemals erwartet, dass wir sowas Starkes bekommen. Ich find's aber sehr cool und können wir mal drüber reden, wie cool die Karte designt ist. Also ich würde sagen, das ist eines der schönsten Remakes, die wir je bekommen haben. Es fängt auf jeden Fall für mich sehr krass, dieses Nostalgische ein, auch wenn es ein neues Artwork ist. Eure Meinung hierzu, gerne mal in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr originelle Karte. Und ich hätte niemals erwartet, dass sowas mehr erscheint. Wie auch immer, in dieses Format gehört es auf jeden Fall. Und gerade durch Instant-Fusion wird diese Karte hier sehr interessant. Als nächstes würde ich sagen, Leute, sprechen wir jetzt drei Karten auf einmal an. Und zwar Rageki, Hafien-Federwisch und Blitzsturm. Und diese Kartengruppe hier ist sehr besonders. Rageki kann alle Monster schießen, Flederwisch kann alle Zauber- und Fallenkarten schießen. Und Blitzsturm kann entweder das eine oder das andere schießen. Er ist aber Once per Turn und man darf keine offenen Karten kontrollieren, um die Karte zu aktivieren. Der Blitzsturm ist wirklich sehr, sehr heftig. Das ist wirklich sehr heftiger Powercreep. Und der ist natürlich angelehnt an Rageki und die alten Sturmkarten, beziehungsweise Backrow-Removal-Karten. Fast jede Backrow-Removal-Karte hat irgendwas mit Stürmen zu tun. Denkt beispielsweise am mystischer Raumtaffun. Aber der Effekt hier ist halt mehr oder weniger 1 zu 1, Hafien-Federwisch. Diese Kartengruppe ist deswegen interessant, weil die Spielstärke dieser Karten hier sich krass gewandelt hat. Also Rageki und Flederwisch. Rageki war wirklich seit Ewigkeiten komplett broken. Seit zig Jahren und war auch schon damals verboten. Vor einer ganzen ganzen Weile, weil alle Monster zu schießen, immer viel zu stark war. Ein Monster-Bot sofort zu brechen mit einer Zauberkarte war halt einfach viel zu viel. Aber als der Powercreep quasi vorangeschritten ist, war das nichts mehr Besonderes. Und diese Karte hier konnte dann wieder, naja, erlaubt werden. Und das ist sie bis heute. Und sie ist wirklich vollkommen okay im Spiel. Die man beschwert sich und, ja, die ist solide, ne? Gute Karte, aber auf gar keinen Fall unfair. Und der Flederwisch ist jetzt auch wieder erlaubt. Die Karten sind einfach fair. Und dann kam der Littsturm und hat beides vereint. Und sagt jetzt quasi, okay, so eine Karte ist fair im Game. Natürlich, man kann die Karte nicht spielen, einfach so, wenn man bereits was kontrolliert. Aber wenn man Second geht und der Gegner baut ein Board auf und man zieht dann diese Karte hier, also der Blitzsturm, man kann ihn sofort aktivieren. Man kontrolliert logischerweise noch nichts, weil man war noch nicht dran bisher. Und dann ist einfach so das Monster-Bot des Gegners weg oder seine Zauber- und Fallenkarten. Und es ist ziemlich spielstark. Aber halt nicht unfair. Und dementsprechend ist die Karte tatsächlich gut gebalanced. Ich finde das sehr interessant. Und ja, Blitzsturm ist tatsächlich eine gepowercreepte Version von Regeki und trotzdem fair. Soweit sind wir gekommen beim Powercreep. Interessant irgendwie. Aber so entwickelt sich halt ein Kartenspiel. Ich würde sagen, Powercreep ist halt nicht wirklich vermeidbar. Die nächste Karte allerdings ist sehr interessant, weil es handelt sich dabei um ein normales Monster mit dem Namen dreibeinige Zombies und die haben den Kartentext, ein paar freundlicher Skelette, die einst dünn, einst dick, nur unter großen Schwierigkeiten gemeinsam vorwärts kommen. Und tatsächlich wurde diese Karte hier geremacked und sie ist heutzutage eines der besten Zombie-Monster aller Zeiten. Ich mache keine Scherze, weil diese Karte hier ist Uni-Zombie als normales Monster. Und der Zombie des Gleichklangs ist einfach mega krass stark. Die Karte ist ein Stufe 3-Monster mit der Eigenschaft Finsternis und natürlich ein Zombie und die Karte hier ist ein Tuner mit den Werten 1300 0 und dem Effekt. Du kannst ein offenes Monster auf dem Board auswählen, wirf eine Karte ab und falls du dies tun solltest, erhöhe die Stufe, das gewinnt ein Ziel zum 1. Du kannst ein offenes Monster auf dem Board auswählen, Monster, die du kontrollierst, können für den Rest des Spielzuges nicht angreifen, außer Zombie-Monstern. Außerdem lege ein Zombie-Monster von deinem Deck auf den Friedhof und falls du dies tun solltest, erhöhe die Stufe des gewählten Ziels um 1. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier, The Monster Turn, verwenden. Diese Karte hier ist absolut genial für Zombie-Decks und für Zombie-Haufen, weil du kannst hiermit einfach so Karten bilden bzw. sie aus der Hand auch loswerden. Und das ist so perfekt, du kannst damit einfach alle möglichen Plays einleiten, du kannst den Mitsuki millen, du kannst einen Destiny-Hero Malicious aus der Hand loswerden und und und. Hiermit ist alles möglich, die Karte ist richtig, richtig gut. Ich muss sagen, das ist eine Karte, die muss man ansprechen, weil ich finde dieses Remake hier so interessant. Man nimmt einfach ein sinnloses, normales Monster, was nicht wirklich eine Relevanz hat im gesamten Kartenspiel und macht daraus eines der besten Monster des ganzen Typs. Ich meine, Uni-Zombie hat Zombie-Decks zusammen mit einigen anderen Karten komplett revolutioniert und ich würde sagen, in diesem Format muss man so eine Karte ansprechen, das ist ziemlich Pflicht, die ist ziemlich gut und wird bis heute in Zombie-Decks extrem gerne gespielt. Und dann haben wir auch noch Jinso und diese Karte hier wurde einige Male geremaked, aber es geht mir heute um die Extradeck-Variante, die zusammen halt auch mit dem Zeitzauberer erschienen ist und die ist besonders cool geworden, wie ich finde und deswegen wollte ich die mal ansprechen. Der originale Jinso allerdings war auch ziemlich gut längste Zeit, weil der kann einfach so dafür sorgen, dass alle Feilenkarten tot sind auf dem Board. Der Haken ist nur, die Karte hier ist ein Tribut-Monster und das ist nicht so ideal, zumal wir auch Tribut-Monster haben, die gegen Zauberkarten vorgehen können und die sind deutlich besser im Schnitt von Yu-Gi-Oh und dementsprechend werden die deutlich lieber gespielt. Also Jinso wird mittlerweile eher rausgelassen, damals war die Karte allerdings wirklich allgegenwärtig und immer wieder in Side-Decks bzw. auch in der Meta vertreten, das ist aber heutzutage nicht mehr so. Wie auch immer, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie die Extradeck-Variante aussieht. Und das ist Jinso gefächert und diese Karte hier ist ein Rang-6-Exil-Monster mit steigen Scherfinzernis und der Typen Maschine und den Werten 2400-1500 und beschwormelt diese Karte hier aus zwei Monstern der Stufe 6 und der Effekt. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster auswählen, das der Gegner kontrolliert, übernimm bis zur Endphase die Kontrolle darüber, aber seine Effekte können nicht aktiviert werden und es kann keinen Angriff deklarieren. Falls eine Falle auf dem Board liegen sollte, du kannst ein Monster als Segut anbieten und falls du dies tun solltest, zerstöre eine offene Karte auf dem Board, du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per Turn einsetzen. Diese Karte hier hat was zu tun mit Monster-Claw, was daran liegt, dass diese Karte in Verbindung gesetzt wird mit Esparoba-Karten bzw. mit C in gewisser Weise und Gedankenkontrolle und deswegen finde ich passt das eigentlich ganz gut. Und deswegen würde ich sagen, ist Jinzu hier schon mal relativ stimmig, aber es geht noch weiter. Die Karte hat auch einen Effekt, der sich halt auf Fallenkarten bezieht und es macht das Ganze noch besser. Ich muss sagen, ich mag dieses Konzept hier, weil das Schlimme ist leider, wir haben nicht so viele Rang-6-6-7-Monster, die sich wirklich zu spielen lohnen. Wir haben so ein paar Karten, die okay sind, aber es fehlt einfach noch Support hier. Und Jinzu gefächert ist mal wieder ein generisches Rang-6-6-7-Monster, was man zumindest mal considern kann und das freut mich. Und damit haben wir jetzt einen Jinzu, der gespielt werden kann in jedem Stufe 6-Deck. Das ist immerhin schon mal generischer als Jinzu, der wahrscheinlich als Tribut-Monster so gut wie nirgendwo gespielt werden kann. Ist zumindest meine Meinung, ich finde die Karte sehr interessant, aber Jinzu wurde noch einige Male zusätzlich geremaked halt für das Jinzu-Deck-Thema. Und da kann diese Karte hier auch gespielt werden, vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge, beziehungsweise werden wir es dort behandeln. Aber es ging mir heute erstmal um die generische Variante, sag ich mal, die man theoretisch auch in anderen Decks spielen kann. Weil diese Karte hier sagt nicht in ihrem Text, okay, ich muss in einem Jinzu-Deck gespielt werden, das ist nicht zwangsläufig notwendig. Aber ich würde sagen, das war es auch schon, mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und ihr könnt mir sehr gerne weitere Karten schreiben, die ich hier mal erwähnen soll. Und da würde ich sagen, Leute, geht es mit denen beim nächsten Mal weiter. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame. Würde mich sehr unterstützen und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte-Karts und meinem Gaming-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut auch mal rein. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.